Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts 2.5 AD Remix. Ja, ich freue mich, denn wir gehen heute in einer meiner Lieblingswelten. Damals schon zu Kingdom Hearts 1 wollte ich immer wieder ins Disney-Schloss. Und jetzt? Tja, jetzt kommen wir zum Schloss Disney. Ich freue mich auf jeden Fall. Los geht's, Freunde. Ich weiß nicht, dass etwas einfach nicht richtig fühlt. Ja! das castle ist in gefahr das schloss ist in gefahr das ist schlecht so ist es nicht schön hört euch die musik an ist einfach nur geil nein nein das schloss in gefahr ihr müsst sofort zu ihrer majestät sie ist in der bibliothek alles klar chip oh mein gott ist das geil das ist der guppijet hangar normalerweise herrscht hier großer betrieb wenn er durch den innenhof geht führt euch das entschloss hinein alles klar schnell 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 königin mini ist in gefahr boah ist das geil disney castle einfach awesome leute schloss disney da wo der könig wohnt und die königin wohlgemerkt so schnell was geht hier ab oh ne ne herzlose herzlose überall diese verdammten herzlosen das gibt es nicht hier im schloss das ist schlecht oh man das wird übel das gibt es nicht warum was was hier los naja verschwindet herzlose mann wo ist königin mini komm schon und wo ist der könig vor allem los verschwinde mann los geh weg alter verschwindet ich habe gesagt ihr sollt weg gehen was stimmt nicht bei euch was stimmt nicht verziehlich mann geht doch geht doch die goschen komm her jetzt du ekelhaftes viel soll noch einer ohne rückfahrschein sehr gut oh es kommt immer mehr verdammte herzlose verschwindet ich muss da oben hoch so einmal hier bitte danke mann wo kommen die alle herr das ist doch unnormal los jetzt geh weg verschwinde endlich herzloser oh mein gott die kommen echt überall anscheinend werden es immer mehr als wenn man die gar nicht besiegen könnte gehst du jetzt weg oder was oh mein gott crazy shit das gibt es nicht jetzt geh weg ich schwör dir ich mache euch zu minder gehst du jetzt weg das hat keinen zweck so jetzt aber nein mann wir können hier nichts einsammeln weil die überall hier spawnen das gibt es doch gar nicht was ist denn hier los in dem schloss so dankeschön für das herzteil dann nehmen wir noch das da hinten mit und die kiste oh mein gott verschwindet endlich ich schwör ich ich fisste euch irgendwann alle geht ihr jetzt weg ich will doch nur die tollen kisten haben die der könig hier überall verstreut hat für uns geht weg ihr penner und lasst meine freunde in ruhe ihr bastarde das gibt es doch gar nicht diese verdammte dunkelheit oh majestät helft uns so jetzt ist mal schluss hier noch die kiste da vorne und alle hoppas so sehr schön ja bastard komm her jetzt schau jetzt habe ich auch mal hier die faxen dicke oh ja das gibt es nicht sehr gut hopp 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 sehr schön da ist schon wieder einer ey das gibt es gar nicht na sag mal auch noch sich hier in den schatten verstecken oder was man 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 so haben wir geschafft ne haben wir geschafft sehr schön wir haben soweit alle kisten die hier sind bekommen Moment da geht es zum hangar wo muss ich nochmal lang ich weiß nicht mehr wo ich lang muss ist schon so lange her dass ich im disney castle war Moment da ist der gummihanger ok dann kann es nur hier sein ja ist gut halt die goschen königin mini wo seid ihr oh gott wo seid ihr oh das gibt es doch gar nicht warum seid ihr hier drin überall lauert oh gott auch noch so viele überall lauert die dunkelheit und ihr seid bastarde alle oh mein gott krass krass was hier abgeht grad man was ist denn los hier mit euch ich schwör ich fiste euch jetzt reicht's mir licht jetzt geht's jetzt sollt ihr mich kennenlernen alle los verschwindet Na, hörst du jetzt auf, oder was? Verdammter Bastard Ich schwör, wenn mir einmal hier reicht Ne, was ist denn los mit euch? Ich schwör Jetzt, es ist mal gut hier Findest du nicht auch, Kumpel? It's over Raus hier und weg Und haut alle ab, ihr Bastarde, Mann Ich schwör, ich mach euch platt Was macht ihr im Disney-Kessel? Euer Majestät hat es nicht verdient, von euch belästigt zu werden Nein, geh weg jetzt So, ist jetzt mal gut War's das? Nein, natürlich war es es nicht Weil ihr einfach Arschgeigen seid Und jetzt, geh weg Du verdammter Mann, Alter Ich schwör Geh weg jetzt Boah, ihr verdammten Schattenlöche Geht weg Und belästigt hier Seine königliche Ruhe nicht Mein Gott Nee, es hört gar nicht mehr auf Anscheinend So Haben wir es jetzt? Ich glaub ja Na, da hörst du auf Kleiner Freak Ich bin der Auserwählte des Schlüsselschwerts Alter Falter Mein Gott Nee Hier kommen sie aber auch echt aus allen verdammten Löchern Ja, sicher Klar, die ganze Armada der Dunkelheit ist hier anscheinend vertreten Wofür haben wir eigentlich in Teil 1 so viel gekämpft? Er schwindet Geht ihr jetzt weg? Ey, ich hab so die Schnauze voll von euch Bastarden, ne? Das glaubt ihr gar nicht Jetzt geht weg Haut alle ab Ich schwör's euch Ich mach euch fertig Hört ihr jetzt auf? Mach Sitz Ich sag da mach Sitz Genau Ruhe Ruhe hier Schicht im Schacht Mann, 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 Mann Ist ja echt schlimm, ne? Ich muss mal eben was machen Geht ja so nicht weiter Nee Items Sora Sternensucher ist ein bisschen doof Ich werd die tauschen Ähm Ich werd Hier Moment Ich werd das so machen Ich werd das so machen Heldenwappen dahin Nein Heldenwappen Dahin Und hier mach ich Sternensucher hin So Sehr schön Weil Heldenwappen dürfte da noch jetzt ein bisschen besser reinhauen Ich muss noch mal schauen Ach, schau mal an Auf einmal sind keine mehr da Ist schon klar, ne? Ist schon klar Ah, jetzt sind sie alle weg Feiglinge Königin Mini Ja Ihr magst Dein Drain Mini Wehr Back You're here Your royal highness Did you happen to summon us? Yes Where's the king? Excuse him This is our friend Sora Sora The king told me all about you in his letters He said you're a very brave young man So do you know where he is? So do you know where he is? So do you know where he is? You're in the castle Oh my So those are the heartless Don't worry We'll take care of them I know I can count on you, Sora Now there's something I'd like all of you to come and see Would you please escort me to the audience chamber? I forgot to warn everyone else in the castle about the danger We must be sure they're hidden somewhere safe Okay, we'll go tell them Donald, castle? We just gotta split up, Donald I'll make sure that everyone knows what's going on No, Sora You just get lost Okay, then I'll stay with the queen Okay, then I'll see you later Um, the audience chamber, right ma'am? Yes, Sora Let's be on our way Oh, this is really cool, guys I love this world so much I love it Oh my god It's so cool Um, so, once here Zack And bam One of the cards Nee, the verloren Eine Seite, herausgerissen Eine Seite aus Merlin's Buch Versuche sie wieder ins Buch einzufügen Okay Für Winnie-Pooh Sehr schön So, einmal hier heilen Zum Audienzsaal geht's durch die große Tür im Wandelgang Beeilen wir uns, Sora Natürlich Euer Majestät So Ah, verdammte Herzlose So, wir können jetzt mit Königin Mini Können wir hier Licht zaubern Sehr schön Das ist nämlich das Besondere an ihr Ey, wir müssen bei Königin Mini bleiben Ey, was geht mit euch? Haut ab von der Königin Kommen Sie, Majestät Oh, ihr Bastarde Königin Jetzt Sehr schön Das Licht der Welt Oh Gott Euer Majestät Licht Hau ab, du Bastard Geh weg von der Maj- Von unserer Königin Ich schwöre, ich bin so sauer auf euch Ihr könnt gar nichts Kommen Sie, Majestät Wir sind da Sehr schön Just one moment As soon as the trouble started I made sure to seal this room Natürlich ist gar kein Thema So, mal schauen wer da drinnen ist Der ist eigentlich gut versiegelt gewesen Ach, nö Was macht ihr Penner hier? Ich schwöre, es reicht Oh Gott Euer Majestät Euer Majestät Wo seid ihr? Jetzt reicht's mir Aber endgültig Hält dein Maul, du Penner Ich schwöre, Licht Mist, kann ich gar nicht Weil Donald und Goofy nicht da sind Und Licht Sehr schön Kommen Sie Schnell Hier hin Und let's go Bams Licht Tja, so einfach macht man euch Penner platt Bams Ach, das geht so viel schneller Euer Majestät Ey, was soll denn das? Achso Ich hab grad die falsche Taste gedrückt Majestät So nicht So, jetzt ist Schluss hier Richtig Kumpel Hier Ey, das geht so nicht Shit Shit happens Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie Oh nein Majestät Bams Das wollte ich eigentlich machen Ich wollte mehr angreifen Let's go Licht Sehr schön Wir machen alle platt Eure Majestät Let's go Bams Ihr könnt gar nichts Ihr seid Loser Let's go Licht Sehr schön, sehr schön, sehr schön Let's go Bam Tja, so einfach kann's gehen Sehr schön Eure Majestät Eure Majestät hier entlang Schnell Oh Gott Yes Sehr gut Schnell, schnell, schnell Und let's go So, Bastard Wo ist Eure Majestät Sehr schön Königlicher Erlass Bams Alle weg Alle weg Auf einmal weggezimmert hier Kommen Sie schnell Eure Majestät Yes Mit euch zusammen Klappt das doch hier Wie am Schnürchen Oh nein Kommen Sie schnell Majestät Königlicher Erlass Sehr, sehr gut Du kleiner Bastard Tja, wir können Ich glaube, wir haben's geschafft Eure Majestät Kein Thema Kommen Sie, kommen Sie Sehr schön Hervorragend Wow Oh! Der Runde unten ist die Hall of the Cornerstone. Unsere Kastel hat immer wieder geschehen von worlds, die evil sind. Dank der Cornerstone of Light, die wir dort halten. Die Cornerstone of Light? Das ist die Kastel der Kastel. Oh, aber schau mal. Die Thorn, sie müssen die Arbeit von jemandem sehr schweig. Ich frage mich, was das bedeutet. Huh? Manifest! Keine! Well, well, well. Was haben wir hier? Wenn es nicht der Kastelgeber Kastelgeber und seine Schmerzen? Was? Jetzt hast du mit mir gemacht. Alles in gutem Zeit. Ich versuche, dass du kannst du meine Vengeanz. Aber du musst dich patienten. Was machst du hier, Maleficent? Ah, Queen Minnie. Radiant, wie immer. Ich bin hier für eine Vengeanz. Ich will dieses Kastel für mein eigenes Haus. Aber es ist ein bisschen schweig, für was ich in mir. Ich denke, dass ich nur die ganzen Raum versuche, mit meinem persönlichen Schmerzen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich habe alle die Schmerzen in der Bibliothek, aber ich konnte nicht einen einzigen Schmerzen finden. Oh. Huh? Wir sollten jemanden fragen, der viele Dinge weiß, die nicht in einem Buch. Merlin, du bist. Ich bin hier. Das ist perfekt. Merlin könnte nur etwas über diesen Schmerzen wissen. Lass uns ihn fragen. Wir sahen ihn in Hollow Bastion, richtig? Ja. Lass uns gehen. Ja. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir kennen unsere nächste Aufgabe, Leute. Das bedeutet, wir müssen zu Merlin. Merlin wird uns sicher seine Hilfe anbieten. Bitte geht nach Hollow Bastion und erzählt ihm vor dem Schloss. Ja, eure Majestät, das werden wir natürlich sofort machen. Allerdings, wie das Ganze hier so weitergehen wird, Leute, das sehen wir in einem neuen, spannenden Part von Let's Play Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Bis dann und ciao, euer Let's Play eGamer.